DC, Sony, linksens, bumsens, DC Universe Online, yo, willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar DC Universe Online, wie der Name schon verrät, moin, bad woman, äh, frömer, wer ist denn das mein Charakter, hallo? Ja, 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 ist klar, ist klar, ist klar, wissen wir alles, wissen wir alles, gut, die Stimme ist cool, die Stimme ist echt cool, ähm, hm, ne, ich glaub, wir nehmen lieber männlich, ähm, ich muss, also, wenn, wenn ich mal lach, oh mein Gott, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen lach, dann ist das, weil mein Kumpel hier nebenbei sitzt, das aber der, aber die hört man nicht, den hört man nicht, ne, zum Glück, wir müssen ihn hören, bleh, wähle einen Exo-Bite-Download-Typ, ein Exo-Bite-Download-Typ, ja, ja, klar, wähle entweder die Moralität, ja, ja, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, alles Schocken, okay, so, was soll ich tun, okay, ähm, mächtig, äh, eine Persönlichkeit, mächtig, Batman, 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 das ist wie Batman-Tarnung, Kampfkunst-Technisches Können, ah, komm, Batman, das nehme mir Geräte, das ist dumm, finde ich nicht so cool, um die Kampfrolle zu bestimmen, das ist irgendwie laut, durch das Gefühl, aber, eigentlich ist es eigentlich nur das Gefühl, Geisterkraft, ich nehme Eis, wähle einen Bewegungsmodus, Akrobatik, Supertempo, Supertempo ist nämlich immer, wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet, Bogen, Faustkampf, Beidhändig-Pistolen, Beidhändig, ist am coolsten, ist einfach am coolsten, es ist einfach so, Körper, Mensch, Mensch, ja, Download annehmen, wenn bereit, Muskeln pur, Steh, Naja, was packt mir das gerade mal raus, so, Ach, er lädt noch, Gott, das brauchen wir ein bisschen zum Laden, vor allem, weil Fraps ja dabei noch läuft, Ausrüstung, Helm, ja, ich nehme mal einen Helm, Hallo, Laden, 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 was für ein Scheiß Laden, so gut ist, das sah ja hässlich aus, Biker, Biojäger, Weite Flügel, Anvil-Maske, Formal, ja, mit schöner Zylinder, ist klar, nehmen wir auf jeden Fall nicht, es ist hässlich, finde ich, hm, ich glaube ich habe da einen übersprungen, ja, also es wird sich eh bald wechseln, von daher ist es eigentlich recht egal, was wir nehmen, ich nehme jetzt erstmal das, sieht schon mal ganz in Ordnung aus, Gesicht ist in der Regal, Emble nehmen wir nicht, Hemd, kurzärmlich, ja, voll kurz, Digga, nö, ist blöd, Kampfmagier, Kampfharnisch, uah, übel, hochkragen, hip, Hype, hochkragen, ne, ist nicht so gestreift, geheimnisvoll, äh, bist du, bist du ein Zirkusdirektor, oder was bist du? Ne, auf keinen Fall, Flexanzug, ich bin aus dem Weltraum, guck mich an, ich bin so lustig, elektrisch, Eis, elektrisch Eis, weißt du, ich bin voll classic, ich nehme jetzt Eis, wird sich eh wieder bald ändern, abgerundet, geteilt, sieht fett aus, äh, scheiß aus, ich rede mal, ne, so, ist gut, kleine dämonische, die kleine dämonische Flügel, oh mein Gott, kleine Technologieflügel, oh mein Gott, kleine Flügel, kurz, kann ich ja, ach, jetzt kommen wieder diese ganzen Sachen nicht, ich nehme das, ich nehme meinen, ich glaube, ich nehme das, ah, cool, hier kommen noch welche, nach Rucksack, verziert, und zu fett, ne, ich nehme verziert, verziert ist schön, kommt nachher eh wieder dran, also, man kriegt genau den gleichen Umhang, Hände, yeah, 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 das sieht eigentlich schon gut so aus, wie das eben war, noch gar nichts, eigentlich schon ganz gut so aus, man hat ja hier schon diese Teile, im Moment kann man meine Maus gar nicht sehen, weiß ich gar nicht, halt Maus-Chorusar in Video, ist mir egal, wenn ihr es nicht sehen könnt, so, hä, ist egal, technisch, ich drehe mal ein bisschen, vernähtet, verzahnt, Winkelstil, ist eigentlich am coolsten von allen möglichen, also nur wieder das, Füße, Beiker, sie voll scheiße aus, Business, oh mein Gott, 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 bin ich ein, bin ich eine Frau, nein, ich will nicht, das wird ganz gut zu Eis passen, hoch Luna, nee, Classic, Classic, Metal Head, militärisch, ich nehme, das hier, das sieht ganz gut aus, ich schaue immer so zu meinem Kumpel rüber, so, hhhhhh, Hosen, ach ja, Hosen, hatten wir Hosen schon, ich glaube wir hatten Hosen noch gar nicht, V-Anzug, Jürgen, Unter-, Scheiße, hihihi, das sieht ja auch los, das sieht ja geil aus, das sieht ja geil aus, ich bin der Unterhosenman, ja klar, ist logisch, hm, Anliegen, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, passt zu Eis, sagt er, okay, nehmen wir, ich meine, damit müssen wir die ganze Story durchspielen, ne, das ist schon geil, das muss, muss gut aussehen, Farben, jetzt kommt's, Palette, da, wo ihr euch wahrscheinlich aufregen werdet, kommt's jetzt, das ist das Dunkelblaue, was ist das eigentlich, das Dunkelblaue, achso, das ist das Ding, ja, ich sehe auch gerade, ne, ne, ne guck mal so, uuuauauaua, aber es soll ja Eis sein, von daher passt das nicht ganz so, aber ich hab ne Idee, wir machen so'n Frostyman da draus, was die Frosty, Frosty the Snowman, da, 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 na, wir kenn's, kenn's jemand, stimmt, irgendjemand meiner, 13, Zuschauer, meine 13, aber der muss das doch kennen. Nein. Oh, das sieht aber auch fett aus, aber passt nicht zu Frosty. Machen so. Und dieses komische Ding, das können wir schwarz machen. Ne, irgendwie nicht. Können wir nicht schwarz machen. Können wir grau machen. Grau passt. Ja, sieht gut aus, ja. Ich guck ihn immer mal, Luke immer mal so rüber, so. Luke Skywalker mal immer rüber. Gut, Haut, brauchen wir nicht Haare, brauchen wir nicht Augen, brauchen wir nicht... Ja klar, der kriegt Make-up. Brauchen wir noch irgendwas? Nö, das war's. Okay, wie nennen wir den? Also, ich nenne mich... Ich nenne mich wie immer, hat mir auch mein Kumpel, der heute hier ist, hat mir den Tipp gegeben. Paulex LP, nicht mehr Let's Paulex und Paulex LP, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ist ja denn, er ist schon vergeben. Nein, ach wie schön. Ich überspringe die Videos immer, weil die sind eigentlich ziemlich langweilig. Ist das ne... Äh, das ist der Joker, yay! Mit seinem komischen Grinsen und seinen komischen grünen Haaren und seinen komischen weißen Händen. Anschubel.